In diesem Video erfährst du, wie du es ändern kannst, dass Twin Flamino dich ablehnt, dass der Mann oder die Frau deines Lebens dich ablehnt, die große Liebe deines Lebens dich ablehnt. Bisher weißt du, dass es irgendetwas mit dir zu tun hat und du kannst ganz grob sagen, ja er lehnt mich ab, weil ich mich ablehne. Wie du das aber ändern kannst, das sagt dir keiner. Das ändert sich heute, ich verrate es dir. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Twin Flame Solutions, mein Name ist Handan. Die Antwort ist, kann der Sohn den Vater leugnen, ohne zu glauben, der Vater lehne ihn ab. Dies findest du in A Course in Miracles Complete and Annotated Edition im Kapitel 11. Ich erkläre aber jetzt, was es bedeutet. Und natürlich bleibt die Frage nicht unbeantwortet, wie du es ändern kannst, dass deine Dualseele dich ablehnt. Solange du glaubst, dass er schuld ist oder dass irgendjemand schuld ist oder aber auch, dass du schuld bist, solange wird es dir vorkommen, als ob sich Gott gegen dich, Gott und die Welt gegen dich verschworen hätten, als ob sie dich nicht in die Heilige Union reinlassen. Du wirst es vielleicht auch auf deiner Arbeit merken, dass du das Gefühl hast, dort haben sich die Kollegen gegen dich verschworen, sie wollen dich nicht reinlassen. Dieses Gefühl, alle kommen da rein, aber ich nicht, man lässt mich nicht rein, hat etwas mit dieser Problematik zu tun und mit der Antwort, auf die du hier wartest. Wie kannst du es ändern, dass deine Dualseele dich ablehnt, dich und eine Kommunikation mit dir oder gar ein Leben mit dir ablehnt. Wie kannst du das ändern, wenn du das Video hier anschaust, liest du schon seit einigen Sekunden die Antwort, verbinde dich mit deinen Brüdern in seinem Frieden. Und hier liegt der Hase im Pfeffer, denn die Twin Flemmine hat überhaupt gar keinen Bock, sich mit irgendjemandem zu verbinden und schon gar nicht mit so Bibelbrüdern. Das Ego ist dagegen, dass ihr zusammenkommt. Das Ego ist der Gegenspieler zu Gott und möchte, anders als Gott, dass du getrennt bleibst, nicht nur von deiner Zwillingsflamme, sondern von allen Menschen. Und dein Ego möchte, dass du kreuzunglücklich bist, weil Gott dich als holy joyous, als ganz und gar glücklich erschaffen hat. Das Ego will von allem das Gegenteil, also von der gesamten Wahrheit das Gegenteil. Und ein beliebtes Mittel des Egos ist es mit Schuldvorwürfen, also mit Urteilen, um sich zu schmeißen. Und bei denjenigen, die das nicht tun, die also weiterentwickelt sind, lässt das Ego immer noch nicht locker und sagt, okay, wenn du jetzt hier einen auf lieb, auf gut Mensch machen möchtest und du greifst die anderen nicht mehr an, du fällst keine Urteile mehr über sie, dann fällst du die Urteile über dich selbst. Selbstvorwürfe kommen auch vom Ego und sollen dich deprimieren. Alles, was du meinst, dass du entbehren musst auf dieser spirituellen Reise, das verwehrst du dir selbst. Nur du kannst dir Gottes Königreich verwehren, sonst kann das niemand. Gott hätte kein Interesse daran, es dir zu verwehren. Er möchte, dass du in sein Königreich zurückkehrst und glücklich bist, glücklich lebst und verbunden lebst mit Twin Flaminu und mit Freunden und Familie und mit der ganzen Weltgemeinschaft. Das möchte Gott. Und außer Gott gibt es niemanden, also kann niemand dir irgendetwas verwehren. Du hast allerdings den freien Willen von Gott erhalten, in den er sich sehr, sehr lange nicht einmischt. Nur im absoluten Notfall greift die geistige Welt in unseren freien Willen ein. Nehmen wir eine Situation, in der wir unkonzentriert plötzlich auf die Straße rennen. Da greift die geistige Welt schon mal ein. Und wir erleben so etwas wie, als ob wir am Hemdskragen oder am Ärmel oder am Nacken oder wo auch immer wieder auf den Bürgersteig hochgezogen werden. Aber sonst greift Gott nicht ein. Er hat uns den freien Willen gelassen. Und das, was wir erleben, ist, dass wir genauso mächtig sind wie er und dass wir allerdings tragischerweise diese Macht, diese Power und die Ausdauer dazu nutzen können, uns unglücklich zu machen, indem wir uns über Urteile von allen Brüdern trennen. Und zu allen Brüdern gehört auch Twin Flaminu. Wie kannst du also ändern, dass deine Dualseele dich weiter ablehnt? Die Spiegelübungen, die du machst, lassen dich im Kreise drehen. Sie sagen dir nicht, mein liebes Kind, es hat etwas mit den Urteilen zu tun, die du über andere und über dich fällst, um dich von ihnen zu trennen. Die Spiegelübungen sagen dir nicht, dass du in die Trennung gehst, dass du die Trennung wählst, dass du das Alleinsein bevorzugst, wenn und solange du dem Ego statt Gott folgst. Die Spiegelübungen sind gut, sie sind ein guter Anfang, doch was du siehst, du machst sie seit Jahren und kommst nicht wirklich vom Fleck. Wenn du wirklich vom Fleck kommen möchtest, wenn du wirklich glücklich leben möchtest mit allen Menschen, wenn du Freude in deinem Leben dabei haben möchtest, so wie du jetzt Wolken und Regen dabei hast, garantiert, naja und ab und zu mal Sonnenschein, Dann musst du weitergehen, als du es bisher getan hast. Du musst weitergehen. Du musst dein Ego überwinden und mit deinen Brüdern in eine Gemeinschaft eintreten, in Gottes Frieden. Du kannst sehr gerne erst einmal als Zaungast Wochen, Monate oder Jahre zuschauen, es machen einige. Doch du musst irgendwann aus dem Off rauskommen, denn du versteckst dich im Dunkeln und mopperst davor dich hin, dass er dir die Tür nicht aufmacht, dass er, dein Traummann, dir die Tür nicht aufmacht, dass er eine andere heiratet, dass er, wie der Single ist, sich aber trotzdem nicht bei dir meldet, sondern eine andere Freundin hat. Du musst aus der Isolation heraustreten. Du musst ins Licht hinaustreten und dich zeigen und dich mit anderen verbinden. Und du musst zurückkehren zu Gott ohne Schuld. Wenn du ein Fünkchen-Urteil mit dir bringst, ein Fünkchen, wo du denkst, ach ja, ab und zu kann man ja mal ablästern oder ab und zu kann man ja mal die Nase rümpfen, dann wird es dir so vorkommen, als ob Gott dich nicht reinlässt. Es hat aber etwas damit zu tun, dass du nicht wirklich ins Licht hinaustrittst. Jesus sagt dazu, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst es nicht dem Ego recht machen, das dir sagt, ach guck mal, dass du in 3D weiterkommst und gleichzeitig in Gottes Königreich eintreten. Das eine schließt das andere aus, weil beide komplett entgegengesetzte Angebote haben. Nicht wenige von euch fangen mit der spirituellen Arbeit an und brechen sie dann ab, sobald es zu einem Kontakt mit Twin Flamino kommt, brechen die spirituelle Arbeit ab, verlassen den Pfad, weil er sich getrennt hat. Naja, und dann vergehen 2, 3, 4 oder 5 Jahre, wie ich jetzt zuletzt gelesen habe, da kommt jemand nach 5 Jahren wieder und sagt, ich habe erkannt, dass das, was du mir vor 5 Jahren gesagt hast, dass ich nicht bereit war, das zu hören. Ich wollte meine eigene Version weiter glauben. Und dennoch, selbst nach 5 Jahren und nach dieser Lektion gibt es Vorbehalte. Eventuell folge ich dir jetzt. So stark und ausdauernd ist das Ego, denn wir haben die Macht Gottes. Wir haben die Macht und die Power, die Ausdauer Gottes und können sie entweder für Glück oder für Unglück einsetzen. Mein Arbeiten hat nur einen Sinn. Ich möchte jedes Mal wenigstens einen von euch davon überzeugen, seine Power und seine Ausdauer für Glück einzusetzen. Ich bin da, mein Angebot ist beständig. Alle Informationen, die du brauchst, findest du unter jedem Video in der Infobox. Übrigens kannst du zum Thema Schuld zwischen den Dualseelen auch dieses Video hier ansehen. Aller Anfang ist schwer und auch der Anfang dieser Arbeit in einer Gemeinschaft ist schwierig. Einmal will die Twin Flamine keine Gemeinschaft haben, sie findet sowas mega abtörnend und zum anderen kehrt das Ego, die ganze Aggression gegen dich selbst um. Wenn du also nicht mehr mit dem Finger auf die anderen zeigst und jammerst und klagst, dann macht das Ego das weiter und kommt dir mit Schuldgefühlen, mit Selbstvorwürfen. Und das will keiner haben. Aber das Wegrennen davor bringt dich leider nicht weiter, weil du dem Ego folgst. In der Gemeinschaft können dir deine Companions helfen, über diese Anfangsschwierigkeiten hinwegzukommen. Wir haben einen sehr beständigen, harten Kern, Gott sei Dank, der schon dem einen oder anderen geholfen hat. Diesen Weg in Glück und Friede und Verbundenheit leicht weiterzugehen. Was du also dagegen tun kannst, dass deine Dualseele dich ablehnt, hast du hier in dem heutigen Video gehört. Du musst es schaffen, deinem Ego zu entsagen, damit du nicht mehr dies oder jenes an Hinz und Kunz ablehnst. Vielen Dank für dein Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!